Eine Sache muss ich gleich nochmal vorweg sagen. Wir können aktuell keine großen Produkte wie Wheelbases oder Pedalen testen, weil ich meinen Standard-Rig hier noch am Schlüssel habe, also mit dem ich jeden Tag fahre und daran baue ich nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sehr viele Jahre damit verbracht habe, diese Gerätschaften einzustellen, dass ich da drinnen so sitze, wie es mir gefällt und alles so ist, wie es mir gefällt. Aber es gibt einen Termin, wann mein Büro umgebaut wird und zum Büroumbau kommt ein zweites Rig in dieses Haus, also in diesen Raum hier und das wird die Teststation. Wenn diese Teststation da ist, werde ich umgehend die Videos fertig machen für die ganzen Produkte. Also ich werde sie dann alle fahren und ausprobieren und euch meine Reviews dazu geben und wir werden sie auch länger fahren als nur eine Woche. Was sehe ich da am Hintergrund? Ja, da am Hintergrund steht so einiges. Gestern kam ein Paket an und das war gar nicht mal so klein und nach meinem Wissensstand soll das wohl nur Teil 1 gewesen sein. Aber wir lassen uns überraschen. Welches wollt ihr denn zuerst auspacken? Unten, in dem Mittel oder oben? Oben, oben, von klein nach groß. Na gut, dann machen wir von klein nach groß. Dann ziehe ich das mal alles ran hier. Dann machen wir mal klein. Das hier. Uff, das wird ein langes YouTube-Video. Ich habe mir wirklich alle Videos zu diesen Sachen angesehen, also zu einigen dieser Sachen. Und ich habe sie bis vor einem Jahr auf der Simracing Expo, ja vor circa einem Jahr, habe ich sie angefasst. Und seitdem wurden auch noch ein paar Sachen geändert. Und ich weiß noch nicht genau, was mich jetzt hier erwartet. Und das ist das erste Mal, dass ich das in meinen Händen halten darf, bevor wir das jetzt hier alles machen. All diese Sachen habe ich nicht bezahlt. Sie wurden mir zur Verfügung gestellt. Ich darf sie behalten. Ich muss sie nicht zurückschicken. Ich habe keinerlei Auflagen gekriegt. Das heißt, ich darf auf Herz und Nieren testen und ich darf dazu sagen, was ich möchte. Ich möchte das immer nur der Fairness halber deklarieren. Nicht, dass es nachher heißt, Dizzy ist käuflich zu erwerben. Was haben wir denn hier drinnen? Das sieht aus wie Shifter. Okay. Sind das Shifter? Nee, das sind die Klatschpaddles, denke ich. Die sind aber sehr schön. Ui, die sind schön. Okay. Die sind schön schwer. Äh? Gibt es ja... Also hier sind halt, wie gesagt, zwei Klatschpaddles, so ne? Moment. Hier. Ist jetzt so vom ersten Gefühl her ist, glaube ich, Plastik, aber fühlt sich nicht schlecht an. Geruchstechnisch auch ein 10. Man kann das Paddle sogar hier noch verschieben. Also es ist individuell einstellbar. Vom Gang her ist es gut. Also es hat wirklich einen sehr guten Widerstand. Hier ist auch gleich das Werkzeug mit drin. Einen Imbus, den man wahrscheinlich dafür braucht. Was ich noch nicht gesehen habe, ist eine Anleitung. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer reingehen. Weil Asetek fördert nämlich aktuell bei Menschen, dass sie ihre Sachen selber machen. Was ich total geil finde. Ach, das ist ja... Oh. Asetek will ja einfach ne... Einfach den Zwölf hat. Nee, Anleitung brauchst du nicht. Pass auf. Hier. Also hier unten ist ja eine Schraube, um das reinzuschrauben. Ne? Da. Kann man sehen. Das Gewinde. Mach mal Fokus. Da ist das Gewinde hier. Das ist die Schraube. Pass mal auf. Asetek war so clever. Jetzt denkst du dir, wie kannst du das jetzt hier anschrauben? Kommst du ja nirgendwo ran an die Schraube. Ja, Puste gucken. Machst du auf. Machst du auf. Hast du da ein Loch drin? Ne? Hast du hier ein Loch drin? Und da kommst du mit dem... Mit dem Imbusschlüssel rein, um das anzuschrauben. Einfach ein Zwölf hat. Move. Geil. Aber trotzdem guck ich noch mal. Ja. Product Manual. Schade. Gibt's nur in digitaler Form. Hier ist nur eine Pappe, die man scannen muss. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Anleitung geben im Interweeps dafür. Gut. Lehen wir die mal kurz hier wieder mit rein. Das sind die Clutch Paddles. Würde ich jetzt mal behaupten, weil die sind nicht magnetisch. Aber das finden wir jetzt raus, weil... Hier sind Aufkleber drauf. Jupp. Das waren die Clutch Paddles. Das waren die Clutch Paddles. Das waren die Clutch Paddles. Schön, super easy, einfach verpackt. Nix Besonderes. Stinkt auch überhaupt nach nix. Also riecht wirklich sehr gut beim Auspacken. Voll Experience. Riecht neu, aber nicht aggressiv neu. Mag ich. So. Wir gehen also von oben nach unten. Riecht auch komplett neu. Nicht nach Chemie, sondern super angenehm. Was haben wir denn hier? Ui. Oh, guck mal. Das ist ja auch ein sehr interessantes System. Der Magnet ist jetzt nicht hier irgendwo drunter, sondern da ist der Magnet. Hier. Okay, die fühlen sich sehr gut an. Die sind nicht laut. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah ja, hier ist auch wieder dasselbe mit der Schraube. Da kannst du das Loch zumachen oder du machst das auf zum Anschrauben. Sehr schön. Vom Feeling her sehr angenehm. Bisschen klein die Dinger, ne? Die sind ein bisschen klein hier. Aber eigentlich auch geil, weil du kannst nur einen Finger. Kommst nicht mit zwei ran. Müssen wir mal gucken. Die Paddles sind auch sehr, sehr, sehr angenehm. Schön Druckpunkt, nicht zu laut. Die haben einen guten Zug drauf. Gefällt mir gut. Magnetische Shifter. Nun frage ich, jetzt habe ich eine Frage. Warum? Warum sind magnetische Shifter extra? Hm. Nehmen wir das obere? Das obere. Ich gucke nicht auf einen Cartoon, was es ist. Wir nehmen das obere Paket. Beschaffenheit übrigens, äh, Beschaffenheit fühlte sich auch an wie Plastik. Fühlte sich auch an wie Plastik, aber nicht, äh, minderwertig. Hm? Also, ja, das ist auf jeden Fall Plastik hier. Ist aber, wie gesagt, fühlt sich nicht minderwertig an. Also, man könnte meinen, wenn es noch eine gewisse Kühle hätte, äh, weil Metall hat ja immer so eine gewisse Kühle, würde ich wirklich ganz klar sagen, das ist, äh, Metall gewesen. Ist aber auch Plastik. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich würde sagen, ich habe herausgefunden, was es ist. Das ist das Formular Wheel Forte. Was kann das denn? Verpackungstechnisch sehr schön. Stinkt nicht. Finde ich auch gut. Riecht aber neu. Hm, das finde ich sehr schön. Dass sie das, äh, extra betonen, dass es, äh, dänisches Design ist. Da sind sie ja, äh, sehr stolz drauf. Hier ist noch ein bisschen, äh, bisschen Erklärung mit drauf, dass du das, äh, über die Software machen kannst und wie das Quick Release, äh, System funktionieren. Also, sehr, sehr interessant. So. Oh, das ist schön verpackt. Weil ich meine, oh, das hat wirklich einen sehr schönen Neugeruch. Das erinnert mich an Apple. Oh, das erinnert mich wirklich an Apple. Die Leute, glaube ich, denken mittlerweile auch, ich bin bescheuert, dass ich an jedem Scheißprodukt rieche. Und dann, aber die zwei Leute, die es komplett abholt, weil die auch so eine Geruchsfanatiker sind, die freuen sich immer, wenn ich meinen Zinken reinhalte und denen den Geruch beschreibe. Übrigens, so sieht das aus, ne? Also, vom, äh, Cartoon her. Das liegt, warte mal, wo ist denn die Ahnung hier? So sieht das aus. Und in der Mitte sind dann die ganzen Drehknöpfe. Oh, richtig schönes Gewicht. Oh, Mager. Mh. Es ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Oh, Mager. Richtig schönes Gewicht. Ich liebe es. Oh, ich liebe es. Aber, erst mal den Karton auspacken hier. Oh, Mager. Was? Richtig schön. Was haben wir denn hier drinnen? Äh, Aztec Sim Sports Sim Racing Products. Okay, Safety. Das brauchen wir nicht. Und auch das Manual. Also, hier sind nur ein paar Zettelagen drin. Aber ich sehe hier unten drinnen. Dein Ernst jetzt? Oh, ja. Ja. Ich liebe Filmen, die mitdenken. Na? Wer weiß, wofür das wieder da ist? Ich liebe es, wenn du ein Produkt kaufst und der ganze Kram, den du brauchst, mit dabei ist. Weil es gibt Menschen, die wollen sich mit den Sachen die Augenbrauen zupfen. Und dann kann man das nämlich einfach gleich in einem Ritt machen. Aber, nee. Es ist für alles. Für alles sind wieder Aufkleber dabei. Also, falls du alles beschriften möchtest, kannst du das gerne tun. ABS, Volume. Hier ist wirklich wieder alles drin. Yes, no, maybe. Left, right, back. 1, 2, TC. D-Stars, Ananas. Also, es ist wieder alles dabei fürs Bekleben. Und da ist gleich eine Pinzette dabei. Aber, und das finde ich gerade interessant, hier sind noch Sachen dabei, die könnte ich jetzt nicht zuordnen, wo die hingehören. Das müsste man wahrscheinlich dann mal in der Verpackung gucken. Ah, ich sehe auch, aha. Ich sehe auch, warum wir, äh, das gehen wir jetzt mal kurz durch. Du, ich sag's dir, wie es ist. Ich sag's dir wirklich, wie es ist, Chad. Das, was ich auf der Simracing Expo angefasst habe, also das Forte Wheel, ist definitiv nicht dieses. Das ist definitiv nicht dieses Wheel. Das ist eine Neuauflage, hundertprozentig. Weil, das ist vom Anfassen her viel, viel wertiger. Hier ist kein Flex drinne. Also, ihr seht ja immer an meinen Armen, ich mach da schon gut Action drinne. Hier ist kein Flex. Oh, nix. Wir können übrigens an dem, äh, Lenkrad hier oben noch die anderen, äh, Magnetic Shifters mit anbauen. Und hier unten können wir die Clutch mit anbauen. Das heißt, theoretisch hätten wir sechs Dinger hinten dran. Oh, das ist schon mal die erste Sache, die mir auffällt. Die rote, die Drehencoder hier an der Seite, also ich nenne sie jetzt mal Encoder, sind ein bisschen leicht. Die könnten ein bisschen schwerer sein für meinen Geschmack. Druckpunkte der... Oh. Ist hundertprozentig, haben sie das überarbeitet. Das haben sie überarbeitet. Die Druckpunkte der Knöpfe sind sehr, sehr schön. Uh. Mmh. Die Druckpunkte sind wirklich schön von den Knöpfen. Also, für euch mal hier. Weiß nicht, ob wir das... Ne, wir machen heute richtig mit. Wir machen heute Service. Das ist mir nämlich gestern im Video aufgefallen. Und zwar... Hallo, hallo. Jetzt müsste es komplett an sein, hier. Sehr, sehr schöne Druckpunkte. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Kommst gut ran. Das sind die Shifter. Und das liebe ich. Die sind so dumpf und so leise. Mmh. Ein Gedicht. Das ist wirklich ein Gedicht. Oh. So, dann drehen wir das mal wieder auf hier. Okay. Was haben wir denn noch? Rotary Encoder haben wir noch dran, ne? Uh. Okay. Die haben richtig schön Widerstand. Die sind nicht drückbar. Okay. Aber sie sind... Yes. Sie sind 360 Grad drehbar. Sehr schön. Wir haben noch zweimal Funky-Switches. Sowohl drückbar... Also, ich glaube, sieben Richtungen. Ja. Okay. Wir haben... Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay. Azitek gefällt mir persönlich nicht so gut, dass die... Dass die Drehencoder etwas sehr, sehr leicht sind. Also, ich nenne sie jetzt einfach mal Drehencoder. Ist aber schön. Von der Position her sind sie sehr passig. Kommt man überall ran. Also, wenn wir mal gucken. Wir haben hier auf der Seite haben wir drei. Hier haben wir drei. Hier. Hier sind sehr gut. Knöpfe haben wir auch alle mehr als genug. Oh, wir haben hier oben... Wie heißen die Dinger denn? Ach, krass. Guck mal. Du kannst ja hier... Kannst du auch noch rechts-links machen mit dem Daumen. Also, das will... Puh, das holt mir hier ab, du. Oh, hier aber mal eine Sache, die ich gleich mal ganz positiv anmerken möchte. Die mir sehr, sehr gut gefällt. Die Rückseite hat den Quick Release integriert. Guck mal. Man kann den nicht abschrauben. Der ist mit dran. Könnte ein Vorteil sein. Kann ein Nachteil sein. Das kann jeder für sich entscheiden. Finde ich sehr schön. Also, die Rückplatte ist quasi ein Guss. Quick Release an sich. Oh. Boah, hier ist aber ordentlich... Hier ist richtig stramm. Ja, boin. Okay, also, hier ist Druck drauf auf dem Ding. Da ist Druck drauf, du. Also, definitiv ein Upgrade zu... Zu letztes Jahr. Also, letztes Jahr auf der Sim Racing Expo. Haben sie noch was dran gemacht? 100%ig bin ich mir sicher, habe ich so nicht in der Hand gehabt. Finde ich super geil. Holt mich komplett ab, das Ding. Die Griffe sind ein bisschen dünn. Aber da hat ja Azitek auch schon mitgedacht. Hier sind ja die Schrauben dran. Die Griffe kann man abbauen. Und dann eventuell könnte man sie dann nachher irgendwann mal wechseln. Also, wirklich vom allerersten Eindruck von dem Forte Wheel... Punktlandung. Ist für mich eine Punktlandung. Absolute Punktlandung, das Ding. Jetzt ist die Frage, wollen wir die anderen Sachen gleich mit ranbauen? Also, dass wir sechs Pedals dran haben? Um mal zu gucken, ob das wirklich so einfach geht? Eigentlich wollen wir das machen, ne? Komm, wir machen das gleich mal mit. Jetzt verstehe ich auch, warum die Pedals so klein sind hier. Wir bauen das gleich mal mit an. Holt mich... Also, sage ich so, wie es ist. Außer Verpackung. Holt mich ab. Holt mich ab, das Ding. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, ich habe extra bewusst, also ich gucke bei meinen Reviews extra nicht nach dem Preis, weil ich empfinde es immer als unschön, nach Preisen zu gucken, weil dann sortiert man das nämlich immer preislich ein, von der Wertigkeit her. Also, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, äh, ich habe nicht nach dem Preis geguckt. Das machen wir meistens am Ende. So, jetzt muss ich hier aber mal mit meinem Schraubendreher da rein, du. Komme ich hier oben rein? Ja, ich bin drinne. So, dann bauen wir das mal an hier. Ist super simpel. Also, es scheint mir erstmal super simpel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Loch getroffen habe. Habe ich getroffen? Mager, super, super simpel. Total tolles System. Einfach nur das Ding wegschieben und gut, ist sehr lax. So, dann schrauben wir das Ding hier auch nochmal ein. Fühle ich. Also, es ist wirklich nur stecken, reinstecken, eine Schraube dran und fertig ist der Bums. Guck, jetzt haben wir hier oben noch ein Paddel. Oh, wie geil ist das denn, ey. Fühle ich ja. Das geht auch schön. So, jetzt machen wir das hier auch noch gleich hinterher. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen mit dem Magneten. Aber wir müssen hier nochmal... Okay, ich bin drinne. So, das führen wir jetzt hier ein. Oh, und dann schrauben wir das Ding hier einfach fest und dann hat sich das eigentlich schon geritzt wieder. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Magnet den Imbusschlüssel, also der Magnet, der hier oben dran ist, da an den Magnetic Shiftern, also hier, da, der hält den Imbuss schön. Das heißt, du kannst da eigentlich auch nicht wirklich viel falsch machen. Cool. Dann schieben wir wieder das Ding zu, also wie vorhin schon gesagt, du kannst das aufschieben, dann kannst du hier den Imbusschlüssel reinstecken, kannst du zumachen und dann kannst du ja auch für dich noch hin und zurück, vor und zurück das einstellen, wie du das möchtest. Wow. Wow. Sehr schön, wirklich. Durchmesser finde ich auch sehr gut, wäre für mich vielleicht ein bisschen eng, aber die Hände liegen gut drinne, die Finger liegen gut auf. Finde ich supi. Finde ich toll. Wir gucken nach dem Preis, wenn der Hobel fertig ist. Oder Chat schreibt sie jetzt gerade, weil, also mein erster Eindruck ist durch. Jetzt ist das erstmal so an sich für mich nicht mehr relevant, um das einzuschätzen. Also ich würde mal aus dem Bauch raus, ich mach mal ne Schätzung, ja. Ich mach mal ne Schätzung. Das Wheel, ich würde mal sagen, das Wheel kommt um die 500. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, 500 wird das kosten. 5, 6, 5, 600. Hätte ich jetzt mal in den Raum gestellt. 650 kostet das. Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt. Finde ich übrigens, sage ich wie es ist, sehr fair für das, was man hier bekommt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das hier so richtig ist mit der, mit der Clutch. Dann schrauben wir das erstmal hier ran, in der Hoffnung, dass das alles passt. Das hat Azitec wirklich sehr schön gemacht. Also ich denke, das wird hier jeder hinbekommen, diese eine Schraube ran zu machen, um das abzugrainen für sich. Und das hält super gut. Da sind kleine Löcher noch drin, ne. Also wenn wir jetzt mal hier schnell gucken. Da seht ihr, hier an der Seite sind zwei solche silberne Nasen. Und diese Nasen, die sind hier genau in diesen Löchern drin, da. Also man kann hier wirklich nicht wirklich, also man kann nicht wirklich was falsch machen. Und zack, die Bohne haben wir das auch wieder eingebaut hier. Und dann ist das dritte Paddel auch gleich dran. Ich hätte es mir weitaus schwieriger vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Hat einen ganz tollen Druckpunkt, geht geschmeidig durch, nicht zu leicht. Holt mich ab. Schönes System. So, dann werden wir das hier auch nochmal ran schrauben. So, wir müssen nur ran schrauben, keine Kabelverbindung, gar nichts machen. Und jetzt haben wir hinten an dem Forte-Wheel sechs Paddles dran. Also die normalen Shifter-Paddles haben wir. Oben haben wir noch zwei extra. Und auch die Klatscher haben wir dran. Und das hat nicht mal zehn Minuten gedauert. Es ist wirklich einfach nur reinstecken, eine Schraube ran machen und dann ist das Ding geritzt hier. Total geil. Total tolles System. Super durchdacht, finde ich. Und nix mit irgendwelchen Kabeln und Steckern und Wheel aufmachen und sonstiges dergleichen. Ja, das ist das Wheel. Das ist jetzt das voll abgegradete Forte-Wheel. Der Quick-Release ist auch geil, weil den kannst du einfach so runtersliden und dann bist du dran. Und nur zum Abnehmen musst du den hochziehen. Unten ist der Connector und der wird dann an die Wheelbase rangehen und dann hast du auch keine Kabel dran und nichts. Und das ist wirklich richtig stramm. Da ist ordentlich Federung drin. Also da muss man sich, glaube ich, schon sehr viel Mühe geben, das abzuweisen. Also das Wheel, eine 10. Eine 9, weil perfekt geht nicht. Also das Wheel, sage ich so, wie es ist, ist eine... Sagen wir mal so. Na warte, wir gehen mal nicht zu schnell rein. Eine 8,5, weil die Drehknöpfe zu leicht sind. Dafür gibt es 0,5 Abzug. Die sind wirklich zu leicht. Also ich denke, hier kann man sehr häufig übers Ziel hinausschießen. Also da muss ich ganz ehrlich nochmal Asetec loben an der Stelle, weil auf der Messe, also auf der Simracing Expo, wo ich es ausprobiert hatte, war es noch nicht auf diesem Stand. Das haben sie definitiv nochmal verbessert. Da haben sie nochmal Hausaufgaben gemacht. 8,5 von 10 würde ich jetzt vom Anfassen Unboxing, ne? Wir reden immer vom Unboxing Rating. Review, nachher gibt es nochmal das Review Rating nach dem Fahren und Anfassen. Also Unboxing Rating 8,5 von 10. War gut. Tolle Experience. Untertitelung des ZDF für funk, 2017